... Musik ... Ah, ich glaube, das ist in der Nähe von Villiers, oder? Das ist das ganz andere Ende. Ich glaube, das heißt Marschallansch oder so ähnlich. Marschallansch, ich kann das nicht aussprechen, ja klar. Marschallansch, Marschallansch. Ja, das müsste das hier sein. Ah, ja, da kann ich es ja. Stimmt. Fall nach Millea fahre ich gleich. Das ist nämlich ganz am anderen Ende. Ja, ich halte mal. Ich auch nicht. Geil. Ah, den haben wir gerade. Ja. 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 Gerade bitte. Ja. 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 Meine Damen und Herren, ganz herzlich willkommen auf dem Fotografen von Malta.